Hey Tenos, hier hätte ich euch jetzt die Gazal Complete Collection mitgebracht. In der Kollektion ist enthalten ein Skin für den Djinn, ein Rüstungsset und die Waffe Gazal. Und natürlich noch der Djinn. So, dieses Video schaut ihr ja, weil ihr meine Meinung zu diesem Set haben möchtet, beziehungsweise weil ihr mal so sehen wollt, wie das aussieht und wie man es farblich anpassen kann. Ich möchte mit meiner Meinung anfangen. Persönlich würde ich absolut davon abraten, dieses Set zu kaufen. Ist nur meine Meinung, aber für mich persönlich ist dieses Set eine Platin-Verschwendung. Der Djinn-Skin sieht nett aus. Die Rüstung sieht auch ganz nett aus. Aber ich denke, der teure Preis kommt vor allen Dingen daher, da der komplette Djinn noch in dem Set enthalten ist und die Gazal-Waffe. Die Waffe ist, naja, sie ist okay, aber nicht besonders berauschend gut. Das, was diese Waffe annähernd gut macht, sind einfach nur die Mods, die drin sind und die kann ich in andere Waffen reinmachen, die viel besser sind. Und dadurch sind die anderen Waffen auch absolut dominierend. Und der Djinn, also der Skin ist wirklich geil, muss ich sagen. Aber, wann benutzt man einen Djinn? Jetzt, seitdem es alle Wächter Vakuum haben, benutzt man Wächter vielleicht mal nochmal ein bisschen öfters. Und, ja, aber selbst dann benutzt man nicht den Djinn. Der Djinn harmoniert zwar gut zur Gazal-Waffe, ganz klar. Da gibt es einen Bonus-Effekt, da bin ich auch in meinem Gazal-Video drauf eingegangen. Aber, ähm, ja, der Djinn ist einfach kein besonders guter Wächter. Sage ich es mal so, will man auf Damage gehen, naja, dann ist es relativ egal, welchen Wächter man nimmt. Aber dann würde ich auch den Diriger nehmen, weil er eine schön große Reichweite hat. Will man auf CC gehen, holt man den Diriger oder den Würm. Ja, oder wenn man auf Damage gehen will, kann man auch den Deathcube nehmen, wegen Vaporize und so. Also egal, was man macht, man wählt eigentlich nicht den Djinn. Muss ich einfach so sagen. Von daher finde ich dieses Set etwas überteuert, nur für die Kosmetik, die man hier auf den Warframe hat. Und meiner Meinung nach sieht die Riff-Elite-Rüstung viel besser aus. Und das Set kostet weniger als hier dieses 255-Platin-Set. Aber alles nur meine Meinung. Ich zeige euch jetzt die einzelnen Sachen. So, fangen wir mal an. So sieht das Teil aus. Entschuldigung. Und, ja, sieht wirklich sehr gut aus, finde ich. Muss man ganz klar sagen. Im Vergleich zum Normalen ist das hier um Weiten besser. Ah, ich sehe gerade. Das habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Dieser Djinn-Gasalskin könnte der Djinn sein, bevor er durch die Befallenen infiziert wurde. Würde sogar irgendwo Sinn machen. So, dann hätten wir das hier. Kann man noch ein... Ich zeige euch jetzt erstmal, wie man es farblich anpasst. Primärfarbe ändert hier diesen Metallic-Look. Da kann man wirklich schöne Sachen draus machen. Sekundärfarbe ist der Schal. Ein bisschen langweilig, weil man hier leider dieses Muster nicht verändern kann. Bedeutet, wenn man da auf Schwarz geht, ist das Muster so gut wie weg. Tertiärfarbe ist der Bogen und alles. Akzente. Vor allen Dingen hier oben das. Und das kann ich euch direkt schon mal zeigen. Sieht man fast gar nicht mehr. Sobald man Kosmetik dran hat. Und dann die Energiefarbe ist wieder etwas stark. Gut. So viel dazu. Falls ihr sehen wollt, was ich draus gemacht habe. Das ist jetzt meiner. Bisschen auf Gold gegangen. Dazu dann noch diese Verzierung dran. Haben meiner Meinung nach am besten gepasst. Aber das ist alles Geschmackssache. Weiter geht's. Die Gazal-Machete. So sieht sie aus. Kann man sich auch im Dojo holen, nachdem es erforscht wurde. Primärfarbe verändert das hier. Sekundärfarbe. Das hier. Ich weiß gerade nicht, warum ich es euch überhaupt zeige. Tertiärfarbe ist jetzt die große Enttäuschung. Die Klinge wird in einem gefärbt. Bedeutet man, meiner Meinung nach, sollte man auf Schwarz gehen. Als Beispiel Weiß sieht einfach aus wie ein Plastikschwert. Ja. Also da finde ich eigentlich alles, was nicht schwarz ist, sieht falsch aus. Vielleicht Grau. Naja, würde ich auch nicht machen. Akzente. Machen fast gar nichts aus. Und die Energiefarbe. Naja, kennt ihr ja. Nicht wundern, wegen dem grünen hier. Das ist gerade, weil ich Korrosionsschalen in der Waffe drin habe. Kommen wir zur Rüstung. Hier hätten wir sie. Kann man farblich schön anpassen, ganz klar. Da bin ich falsch. Das nächste finde ich jetzt etwas komisch. Nämlich, dass man hier unten das so anpassen kann. Beim Schal ist es verständlich. Aber das oben drauf anpassen finde ich irgendwie komisch. Und die Tertiärfarbe, so genau. Und die Energiefarbe. Die macht hier jetzt nicht so viel aus. Es sind zwar einige leuchtende Punkte, aber nicht so extrem, finde ich. So, ich habe eben ja bereits dieses Rift Elite Bundle erwähnt. Meiner Meinung nach momentan die beste Rüstung. Nur damit ihr es mal im Vergleich habt. Da sieht das Mittelteil vielleicht noch besser aus. Geschmackssache. Aber spätestens, wenn es dann hier zu den Seitenteilen kommt. Finde ich das hier einfach besser. Aber alles meine Meinung. Ich möchte hier keinen davon abhalten, das Set zu kaufen. Ich möchte euch einfach nur Alternativen aufzeigen. Bei denen ihr sogar Geld sparen könnt. Also, alles hier ist rein meine Meinung. Aber ich persönlich würde euch von dem Set abraten. Man kommt an den Gin einfach ran. Der Skin ist zwar schön, aber man benutzt den Gin eigentlich fast nicht. Die Waffe ist akzeptabel, aber es gibt viel, viel bessere Waffen. Und alles in allem würdet ihr, meiner Meinung nach, nur für die Kosmetik dann 255 Platin bezahlen. Für mich persönlich wäre das zu teuer. Ich gebe mein Geld lieber für andere Sachen aus. Und ich hoffe, ich konnte euch helfen. Falls ja, könnt ihr mir ein Abo und ein Like da lassen. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020